morgen leute und herzlich willkommen zu einem neuen folge dead by daylight heute mal wieder zum dritten für shady sind wir bei vierten fünftens teil wenn es euch gefällt lasst like und ein abo da und keine weiteren folgen zu verpassen abonniert unsere beiden kanäle 15 15 steht ja alles drin dann folgt mir auf youtube spiele gamer bei tippels spiele gemma als 96 wenn sich gleich und ein abo da wie gesagt wird auch kommentieren was euch besser gefällt hat gefallen hat sich also hier mit dem killer wie liebte war oder frechter war was auch oder wir uns aufgehangen hat fast und so weiter und so fort auch nicht wegen aus lieben killer irgendwie seine aufgabe die er machen muss ganz ja gerne mal zeigen also machst du doch die beschreibung wenn du einen killer betäubt der ein blutgerinnste trägt nimmst du es eben ab sondern das heißen soll ach so du kannst auch den club betäubt mit der taschenlampe aber ja keine oder hat doch gar keine taschenlampe mehr oder doch dann muss man gucken nee keine übrig steht hier drückt man drauf dann müssen wir hier warten lassen regenbogen karte ist keine taschenlampe oder das keine mehr müssen wir gleich war in die das gucken wenn ich das war ernst gemeint ach so ach so ha meine nase krabbelt also dass sie nicht wegläuft 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 woh liquid ich meine ich finde ware Layer 4 Geld aber die ist vielleicht was vork cs fsk 0 bingau bingau mit einem bau und hat hier hallo ja man brauche das spiel so lange das normal kommt drauf an mit dem killer aber verlassen hat oder nicht was muss ich jetzt machen den kinder beteilten aber ja keine das ist dann schlecht ansonsten muss man befreien wenn er mich kühlt auf den armen nimmt der puls ist mal nähe er ist hinter mir ja gar nicht wohin ich hab es extra für dich getan bitteschön danke Ist der mit nicht da aus? Ich auch nicht Aua Ja, ist mir egal, Hauptsache es geht um dich, du musst leben Verstehst du? Ja Ja 2 ich denke 2 Leute oder was? ne ich denke 2 ich will doch mal mit Pflaschen mit dem Keller wie soll ich nach runter kommen? mit der Leiter, ja versteckt sich nicht dran aber die 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 wurden. Ne, weil ich einmal Fluchtversuch machen wollte. War ja klar, dass er mich nimmt. Ach, scheiße. Na, lass dich ruhig sterben. Du brauchst ja nichts machen. Gefühlt. Hast du das? Ja. Was? Ja. Was ist das? Ich finde keine Money-App auf dem Tag gnet. Ja, fick dich. Hä, ich dachte, du machst nix. Sieht verdächtig aus. So. Dann nehme ich eine Taschenlampe, müsste die auch gehen. Ich glaube, ich habe eine echte Money-App jetzt gefunden. Ja. Fsk0. Fsk0. Die brauche ich nicht. Du lebst ja auch nicht mehr. Was? Du lebst ja auch nicht mehr. Ja, guten Morgen. Die leben aber auch nicht mehr lange. Nee. Lass zurück zur Lobby. Also fortfahren. Ja. Soll ich endlich das Zugriff holen? Zugriff? Was? Muss das jetzt sein? Ja. In der Aufnahme. Ja, kann man doch machen in der Aufnahme oder nicht. Ja, oder nicht. Was ist denn? Ja. Was ist denn? Nix. juegosεε Ganzes. Da machbar heißt, baby. Schau. Guck. Es. ich habe keine taschenlammen mehr das ist das er wollte es ja machen aber bla 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 ich sag doch bitte kommt immer raus er muss bereit machen natürlich und du erwartet das zusammen ich freue mich schon auf meine cola welche die ich dann bald auszahlen kann naja was denkst du wird sie funktionieren also nicht kennt ihr aber nicht das ist mit dem kartenspiel meine frasse fickt dich doch guckst du nach wie du hier finden kannst die musik ist gut das ist mit dem wandler wie heißen der song gefällt mir was soll ich jetzt machen also wir opfern oder was ist es nicht opfern aber ich habe keine tasche wir sind oben die oben nach oben wo ich bin ich habe den surf doch mit links links ich habe einen guck mit dass ich sehr gut bist sie können daran tun wo mir die angezeigt was meinest du ja das kenne ich also wenn ich die so klein machen die dinge geräuschkulisse machen ja ich weiß das habe ich nicht nehmen das war nicht dass wir jetzt für die eine aufgabe für den killer gedacht ja was und ansonsten hat das muss der klotte die erledigen und der killer das sind die aufgabe was so klar das ist fake das spiel hat es echt gut gelernt ja ausbaufähig würde ich behaupten bei uns ist die niveau der bus wird höher ist wieder leise oder noch wieder höher google play fackt mich nicht ab mensch ich hasse diese exe weil ich auch teilweise ich schließe ich stecke gleich meine maus aus ich stelle mir vor die funktion ja wirklich da mache ich innerhalb von 10 sekunden 25 euro und ja von 10 minuten 10 sekunden naja ich muss werfungen anfangen dann kriege ich schon 20 euro ach so oder 40 da können wir uns aber freundlich und schon wenn der stelle bewegen würde nämlich noch raus oder was ja wir müssen jetzt die tors öffnen ging aber schnell ja man ging ja so schnell so schnell und ich ausgezahlt auch nicht na ich wäre es dir an na ich möchte ich wäre nur hier auch raus man der clover aber ich freundlich heute ja 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 weißt du bis auf dem ersten ach bitte ich ui ficken Wenn schon bei Lobby Ja Warte, Tassenlampen, warte, wie viel, wie lange jetzt ein bisschen in den Hof nehmen? 18 Minuten Ach, geht ja noch Können wir aber neu starten Oder? Ungefähr 20 Minuten hatten wir bisher immer Ja, unterfolgen 25 Minuten Ja, ist auch nicht so schlimm, wenn wir die Woche mal ein bisschen kürzer sind Ist ja, ne? Wird sie jetzt mal deinen Endcut sagen? Wo meine? Nein, nicht nur, ich, ich, ich Kannst du auch machen Warum ich? Ich würde freuen, dass wir sich in der nächsten Folge wieder Wenn dir das gefallen hat, lass kein Abo da Like, kommentieren Und sonst Bis dahin Bye-bye und ade Tschüss 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 Tschüss